Hallo guten Abend. Hallo Josy. Hallo Josy. Nein guck mal, du bist Josy. Ich bin... Mama. Was? Nein. Ich bin... Papa? Nein, schau nochmal genauer hin. Ah, Oma. Du bist lustig. Nein, ich bin Sascha. 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 Sascha Grammel. Sascha Hammel. Nein, nicht Hammel, Grammel. Hm? Grammel. Ich bin Sascha Grammel. Ich bin Sascha Hammel. Nein, ich bin Sascha Hammel. Sascha Grammel. Du bist Josy. Schluck auf. Ah, du bist Sascha Hammel. Ich bin Josy. Schluck auf. Ja, und du hast heute Geburtstag. Ja. Ja, du bist heute eins. Und Sascha Hammel? Sascha Hammel ist schon ein bisschen älter. 100. Was? Nein. Schau nochmal genauer hin. 150. Und weißt du auch, wo wir hier heute sind? Ja, bei Florian Siebereisen. Fast. Fast. Weißt du denn, was heute für ein Tag ist? Ja, Weihnachten. Genau. Und Weihnachten, da riecht es nach Mandeln. Da sind überall schöne Kerzen angezündet. Und wer kommt jedes Jahr zu Weihnachten? Helene Frischer. Ja. Das stimmt auch, genau. Und heute ist schon der 25. 25. Ja, mit Zahlen kennst du dich noch nicht so aus, ne? Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. So, Josy kann sogar schon rechnen. Rechnen? Ja, testen. Ja. Was ist, äh, 7 minus 4? Hä? Okay, ich mach's ein bisschen einfacher. Stell dir vor, ich, ähm, ich geb dir 7 Weihnachtsgeschenke. Ja. Ja. So, jetzt nehm ich dir 4 wieder weg. Ja. Was ist das? Das gemein. Das macht man nicht. Man gibt nicht jemandem Weihnachtsgeschenke, dann nimmt man die wieder weg. Tsch. Läder. Ja. Und gemein ist auch, dass es jetzt schon ganz schön spät für dich geworden ist. Jetzt geht's ins Bett. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Na so, sag mal, von wem hast denn so schlimme Wörter? Ja, von Sasa Hammel. Von Sasa Hammel? Ja. Ach du Scheiße. Aber, aber jetzt, ne? So, sie erst mal Fernsehen. Ne, um die Uhrzeit kommt nichts mehr für dich im Fernsehen. Doch, auf Wux. Was? Was kommt denn da? Das mit Schafen. Ach schon, das Schaf. Nicht steigende Lämmer. Das ist ganz gruselig. Ja. Da erzähl ich dir lieber ne schöne Gute-Nacht-Geschichte. Von deinen Gute-Nacht-Geschichten werd ich immer so müde. So. Ja, dann, ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht singst du mir ja ein kleines Lied. Ja, aber ich kann ja gar nicht singen. Ja, eben. Das ist lustig. Okay, ein Geburtstags-Gute-Nacht-Lied. Okay. Okay. Und ich fang an. Und ich hör auf. Okay. Glockenstil. Ja. Wer hat heut' Geburtstag? Du hast heut' Geburtstag. Luftballons, Konfetti, Regen und Geschenke soll es geben, weil du heut' geboren bist. Gann, gann. Wer hat heut' Geburtstag? Ich hab' heut' Geburtstag. Alles Glück und nur das Beste wünsch' ich dir zum Wiegenfeste. Weil ich heut' geboren bin. Genau. Windelschnullakula-Augen. Und so niedlich kaum zu glauben. Klein, aber oh-ho. Mann, was bin ich froh. Froh, dass du geboren bist. Alle haben dich lieb. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du geboren bist. Sascha Bramme. Und Josy. Und Baby Josy. Ja, wir wecken sie auf. Ja, wir wecken sie noch mal kurz auf. Josy. Ja. Ah, da ist sie wieder. Hallo, Helene. Hallo, du Süße. Du siehst ganz bezaubernd aus. Oh, danke schön. Wenn du, wenn ich mal groß bin, dann will ich auch eine Helene Fischer sein. Oh, ich bin mir ziemlich sicher, du wirst riesengroß und steinalt wirst du. Wirklich? Ich glaub schon. Okay, toll. Jetzt muss ich schlafen gehen, aber ich wünsch' allen noch einen schönen Abend. Tschüss, danke schön. Wir wünschen dir auch eine gute Nacht, liebe Josy. Vielen Dank. Dankeschön. Der wunderbare Sascha Bramme. Das war ganz entzückt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Mein Lieber. Alles Gute für dich.